So, da bin ich wieder. Okay. Halt die Augen steif, Leute. Ich hab auf einmal fast ne Tasche vergessen, Leute. Das könnt ihr nicht bringen. Ich bin gerade hier mit den Taschen beschäftigt. Tut mir leid. Er schmeißt die Taschen hier rüber. Ja, stopp, 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 stopp. Los, komm, rein, Stag. Bin schon da, bin schon da, bin schon da. Ich weiß, dass er gammliges Internet hat und will dann trotzdem noch so. Ja, weißt du, normalerweise hab ich kein gammliges Internet, normalerweise. Normalerweise hast du immer gammeliges Internet. Nein, normalerweise nicht. Ich bin eine Tasche übrig. Ich bin was? Normalerweise kannst du alles. Ja, ich drücke meinen falschen Knopf, ey. Die haben das hingeschmissen. No, fuck. Sag mal, wo kommen die alle her? Deck mich. Ich hab keinen Bock mehr. So ein Scheißdreck. Okay. Alter, ich bin voll freaky, ihr meint. Ja, nein, nein, nicht gerade. Ah, okay. Da ist noch eine Tasche drin und ich hab keinen Bock, die zu nehmen. Ich nehm die Dinger schon mal entgegen, alles klar. Alles klar. Fuck. Fuck. Beutel, was machst du da? Na gut, ich denke, ich muss dir mal helfen. Okay, ich komm schon. Deck, wo bist du? Ach, du bist auf der anderen Seite hier. Zu mir leid, ich kann dir von der Seite nicht helfen. Hey, mal jemand Beutel. Ich bin schon dabei. Alles klar, super. Ja, Mann, nicht den Kopf hängen lassen. Ähm. Ja. Ich hätte mich nicht alles schlafen. Nee, das Geld aber auch mitnehmen, ja? Ich weiß immer darüber, ich schaffe es irgendwie nicht. Gut, dass du wegrennst, du Sack. Boah, der rennt, stehst auf, lässt den Geldbeutel liegen und das war's. Du bist echt eine Hilfe. Und rennst dann einfach weg, wenn ich den aufnehme. Danke, du Pisser. Habt ihr es bald da hinten? Ja, er hat mich liegen lassen, der Sack. Du Verräter! Was dein Arschkicks! Nein, ich kann mich da nicht wieder überlegen, Mario. Zu viele. Meine Fresse, ich werde ja wahnsinnig. Toll, danke. Du wärst bei einem gerade Stack. Ja, es waren zu viele Gegner da. Wie, das ging nicht. Scheiße. Scheiße. Ganz schlecht. Ach, komm, hier kommt ein Geburtsack. Gebt dir doch einen Geldsack! Äh, den Beutel da vorne, den müsst ihr mitnehmen. Ja, ich mit meinem wenig Leben hier. Mit meiner scheiß Rüstung. Osterk ist gerade rausgeflogen, deshalb hatte ich mich aufhelfen können. Wie gesagt, er hat gammeliges Internet. Ja, jetzt gerade. Das hat schon, gestern, die Tage... Ja, 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 ja. Ja, seit gestern, wir sehen was nicht so richtig, wenn man mit dem Internet wiederum... Ah, verdammt! Helfen mir mal jemand, ich werde die ganze Zeit abgabt. Ja, ich bin wieder da. Wie ist es sich so mitten ins Feuergefecht stellt? Der hält und habe keine Beziehung. Ja, gut, ich glaube, da ist hier. Wow, 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 wow! Willst du nicht ihnen mal jemand aufhelfen, Fragezeichen? Ja, doch, klar! Thanks, brother. Scheiße, meine P90 ist leer. Ja, Geisel, ne, sehr schön. Oh! Okay, aber Ding will weile haben, wir haben's bald. Die Leute verlieren, die sind sehr nett. Ach, hier, hier bin ich. Passt ja. Wir nehmen den einen Sack weg! Dann holen wir ihn zurück. Der ist tot, der ja den genommen hat. Ja, jetzt habe ich... Sack, schmeiß mir den Munitionssack hin! Ach, lass mir den einen Sack ins Feuer, ist doch scheißegal. Schmeiß den Munitionssack hin! Ey, den einen, von dem ich fast mein Leben gelassen habe, gespacken. Leute, ich werde nur gerade so nebenbei getasert. Ja, ich habe keine Muni mehr. Lauf einfach her und bring die ganze... Keiner Ahnung, wie... Der hat wirklich gefreutert. Keiner Ahnung, wie er mit Muni umgeht. Kann das sein? Ne, mit einem G nicht. Du hast keinem G, das ist ein Sturmgewehr. Ein Sturmgewehr, ja. Das ist ein 30 Schuss, das ist klar, komm mit 30 Schuss. Ich komme mit einer Schrupp, finde ich gut klar. Beides... Beides schießt schnell. Du brauchst maximal drei Schuss, um jemanden zu töten. Drei. Ja, und? Du kannst zehn Leute mit einem Magazin töten. Du hast vier Magazine noch. Weißt du, wie viele Leute das sind? Wie viele sind hier? Scheiße. Das sind mehr als 30. Ja, hallo, ja, ja, ich liege hier neben mir, muss man so sagen. Ich helfe dir ja schon. Ach, du liegst da auch noch. Shit, nein, nein! Ich werde wahnsinnig. Oh, man. Hätte er mich nicht liegen lassen? So, Leute. Das Ganze nochmal von vorne, aber organisierter, okay? Könnt ihr bitte jemand anderes den Call hosten? Ja, mache ich. Danke. Okay. Done. Ja. Dingsbums hat. Sehr genau, ich weiß, aber ihr müsst mir vertrauen. Dir vertraue ich ja auch noch, Mario. Was ist der Taschen-Shortcut? Das letzte Mal, als wir das hatten, als ich alles in die Hose ging. Ja, Beute, du musst noch eben deinen Anzug anziehen, weil du musst noch mit mir Kormons Pager beantworten. Jo, jo, warte, warte, ist mir gerade irgendwas ins Klo gefallen? Was? Ne, in Mülleimer meinte ich nicht ins Klo, wie tief. Ach ja, ich hab die Benetti 9. Ja, und? Du wolltest vorhin wissen, welche ich hab. Ach so, das stimmt, das war ja, stimmt, Frau, der ganz beweise. Ich muss mir umsingen, die Benetti 9 mit Schalldämpfer holen. Ich hab da nur den kleinen Schalldämpfer freigeschaltet, aber hey, kack drauf, der funktioniert. Weil bis jetzt hab ich nur die Crosskill mit Schalldämpfer und die ist mir jetzt auch erstmal wichtig. Ja. Okay. Wenn du bereit bist, Mario, können wir. Äh, ist jeder da, ne? Ja. Der Beutel hat nichts gesagt. Ja, der Beutel ist ready, also ist er da. Das hat nichts zu sagen. Persönliche Erfahrung, wollte ich nur meinen. Also, Beutel, bewundere jetzt meinen wunderschönen Hintern. Was es heißen soll, bleib bei mir. Ja, ich hab gerade das mal alle anvisiert. Äh, was machen Stack und ich sind dabei? Stack macht irgendwas und du überprüfst die Kameras. Oh, fuck, das war knapp. Wir sehen uns, dass ich gerade an den Kameras bin. Wir sind beide an den Kameras, weißt du? Es können beide gleichzeitig sehen, auch gut. Ja, ich bin gerade an den Kameras. Na, dann gehen auch zwei gleichzeitig cool. Gut, dann mach das so. Also, ich kann euch sehen, aber Moment, Moment, Moment. Da unten ist einer, die Treppe runter. Leute, komm runter, komm runter, schnell, jetzt. Also, da unten ist einer, die Treppe runter. Ja. So, ähm, gut. Eins, zwei, wo ist nochmal? Beutel, du weißt, dass du Dominator hast. Du musst vielleicht einen, äh, mit F, also sobald sich die Gelegenheit ergibt, der günstig steht, äh, zwingen mit F dazu, dass er auf den Boden geht. Mehrere Male. Okay, der eine geht jetzt, ähm, die Tür raus. Die Tür raus, okay. Hier in die Ecke, hier in die Ecke. Hier in die Ecke. Unten im Wohnzimmer liegt ein Laptop und noch irgendwas Kleines. Ich glaub, die Keycard. Ja, wollte ich grad sagen, da steht auch eine H, da, wo die H auf das Piano steht. Ja. Ah, okay, äh, merken wir uns für den Fall, dass hier bald einer, dass wir das Haus unter Kontrolle haben. Bei dem, wenn ich jetzt mal, ist einer, ah, ich bin gerade... Also, für euch bei der Treppe ist niemand. Okay. Wenn ihr da reingeht zumindest. Weißt du, was ich interessant finde? Was? Die Kamera zeigt dieselbe Uhrzeit an, wie der Computer sie eingestellt hat. Oh, stimmt. Wir gehen zum 20.11, äh, 20.17 Uhr und... Pass auf, pass auf, hinter dir, Beutel! Beutel! Nein! Wurde ihr den entdeckt? Oh Mann, Beutel! Ich hab jetzt grad voll nicht drauf gedacht, dass der hinter mir stand. Ja, Mann. Wollen wir nochmal von vorne? Können wir nicht. Weil ich kann sagen, das geht nicht. Ah, super. Ja. Ja, das hab ich jetzt nicht gesehen, dass der hinter mir war. Ah, du Klinzwölsch. Ich bin halb linker, ich auch nix für. Oh Mann. Ich, ich mein, ich trage schon ne Brille. Ich hab Panzergläser, das ist keine... Oh, wo war die Keycard heute? Die war unten im Wohnzimmer. Okay, hol die ein. Mach ein. Lauf, lauf. Ich bin auf dem Weg. Das war der Glepp. Wer hat den Bucher dran gemacht? Ich... Ich fände ja wahnsinnig. Wohnzimmer bin ich überhaupt noch da. Zuschauen. Hier ist einer. Ja, ne? Mario, komm hierher. Ich bin schon da, ich bin schon da. Wo ist er denn? Hier ist einer. Wenn es jetzt nicht so, dass ich hier der... Wenn du hoch! Es ist ja nicht so, dass ich der bin mit dem 30% Bonus. Ja, sorry. Ich schieße gar nicht. Ich bin halt einfach nur frustriert und muss irgendwas machen. Hat einer die Keycard nicht geholt? Wozu hab ich mit die Crosskill geholt? Ich glaub, der Beutler hat die Keycard geholt. Hast du schon was aufgemacht? Äh, die hier unten ist schon am Laufen. Mario? Ich denke gerade schwer, aber es ist so hier. Hast du die Keycard aufgesammelt? Mario? Ich weiß nicht, ich sehe hier keiner. Ich hab hier... Ich weiß auch, ich müsste hier nicht mal überhaupt, ob man... Beutler, machst du die, oder? Nein. Scheiße. Aber die lag unten im Unzimmer und der... Ich habe hier noch Platz vorgebracht. Ja, und da soll der eigentlich noch was legen. Ah, der Bohrer, ja, ich seh's gerade. Hm. Nee, du musst ihn da rein. Shit, 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 shit. Ich find mich hier nicht zurecht in der Bude und hier sind lauter Leute. Fucking... Dein Gesicht, ey. Hierher kommt. Ich weiß nicht mal, wo ich lang muss. Ach, der Raum. Ich glaub... Ja, ich weiß. Los, spring an, du scheiß Ding. Der dich angebaut hat, hat keine Ahnung von seinem Fach. So, Mario, brauchst du ihn eben? Mario. Warte, 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 warte. Jetzt sind's grad Typen auf der anderen Seite. Das gefällt mir grad. Das missfällt mir grad. Und sie tun weh. Schießen die nicht. Ah, siehst du, das Ding wieder unten kaputt. Alles scheiße. Geh lang, geh lang. Alles scheiße. Mario, der Mann, der für alles Kritik hat. Und hier kannst du auch einen Bohrer machen, wo ich jetzt stehe. Hinter dir, hinter dir. Oh. Ich bin nach einem Schuss, ist meine gesamte Rüstung weg. Au. Wow, Alter, what the fuck? Warte, jetzt schon. Ich hab keine Rüstung, wie gesagt. Gar keine? Nein, ich hab nur diesen komischen Anzug. Ach ja, wir müssen gestört sein. Ja, verdammt scheiße, nochmal. Ist schon ruhig, alles in Ordnung. Äh, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Das gibt es doch nicht. Heute ist ein schlechter Tag. Irgendwie. Das gibt es doch nicht. Los, Skype. Verbinde. Und zwar lebt ihr. Hallo. Die macht überhaupt keinen Spaß. Muss ich ehrlich sagen. Die Mission? Wenn man die auf, äh, wenn man die Stealthy schafft, dann macht die Spaß. Ja, tut sie wirklich. Ja, ist weg. Ja, und wenn man kein bitchiges Internet hat. Nein, ich meinte. Wenn man sich nicht mit vor die Wache darstellt und sich, hallo, hier bin ich. Ich hab die nicht gesehen. Die sind alle so schweig. Ja, weil du blind bist. Ja, ja, hab ich doch gesagt, dass ich blind bin. Wer hat ihn dann zum, wer hat ihn dann zum Schleicher angestellt? Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat sich selbst angestellt. Nein, ich kann ein Mensch aus meinem Boden reinkommen. Dann lass mich kurz, dann lass mich kurz meine Pistole auswechseln, zu der die Schaden macht. Pam. Ich versuch schon reinzukommen, ja, jö. So, jetzt hab ich halt keinen Scheiternfahrt drauf. Jetzt bin ich einfach nur der Typ, der zum Hautauf da ist. Ist okay. Mensch, Mensch, Mensch. Zwei Reicher schleichen. Zwei Reicher schleichen. Alles scheiße. Ich geh mal kurz aufs Klo. Oh Mann. Alles scheiße. Ich geh jetzt aufs Klo. Oh Mann. Sich um ein paar Gedanken erleichtern. Ja, genau. Ich denke mal, das wird gecuttet, was jetzt wir, äh, die Wartezeiten hier. Außer, jetzt kommen noch irgendwelche spannenden und witzigen Momente. Beutel, belustige uns. Ich weiß es nicht. Deine epischen Zitate. Ich hab mir eh eine S-Von-Ali-Mex bekommen. Zell, kannst du schon joinen? Ja, ja, versuch zu joinen. Haha, join. Was war da eigentlich lustig? Nein, äh, wie kann man denn sieben Tage Missionen eigentlich machen? Sieben Tage gibt's gar nicht, soweit ich weiß. Ja, aber wieso schief. Wollen sie's vielleicht später irgendwann mal, äh, implementieren? Genau, sowas. Es gibt noch keine, aber sie wollen's angeblich noch einfügen. Es gibt ja auch zum Beispiel ne Gegnerklasse, die heißen Spooks. Die wurden schon vorgestellt, aber die sind im Game noch gar nicht drin. Mensch, Mensch, Mensch. Ach, sind die, die sich tarnen können? Und zwar, dass die Penner von... Obwohl, wie spät haben wir es? 20, 23? Ja, so in etwa. Okay, wenn wir das jetzt nicht, äh, 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 wenn wir das jetzt nicht schaffen, ich gehe auch wirklich erstmal los mit McDonald's, weil die machen 21 Uhr Uhr am Sonntag. Oh ja. Was hast du für ein McDonald's? Die machen in der Woche 22 Uhr Zeit, ne? Die geht so, so, lass, lass. Gut genug McDonald's, die bis 3, 4 Uhr offen haben. So. Ja, bei uns hat man das nicht. Leute, bleibt hinter mir, hinter, da, wo man hinter ist. Ja, ja, joi. Okay, was sehe ich alles?